Viele Leute aus Deggendorf und Umgebung kannten und liebten es. Das Café Extra. 22 Jahre lang war es stets gut besucht, doch seit 11 Monaten blieben die Türen nun geschlossen. Am Donnerstag ist große Wiedereröffnung mit neuen Inhabern, die das beliebte Kultlokal wieder zum Leben erwachen lassen. Wir sind froh, dass wir das weiterführen dürfen und das war für viele Leute einfach ein Treffpunkt und eine Art Wohnzimmer. Und deshalb ist es wichtig, dass das Bestand hat und dass das weitergeht. Mit dem Kollegen Markus Lummer betreibt Schmid auch noch das Del Camino und die Galeriebar in Deggendorf. Die beiden wissen also, wie es läuft. Mit der Vertragsunterzeichnung im April laufen die Vorbereitungen für die Neueröffnung seitdem auf Hochtouren. Wir haben vor fünf Monaten angefangen mit der Bepolsterung der Möbel, haben wir auch diese Kanzel mit eingebaut, haben wir neue Farben eingebracht, ein bisschen ein neuer Stil und dem Ganzen einfach wieder ein bisschen Geist und Charakter. Neben ein paar Renovierungsarbeiten erwarten die Gäste im neuen alten Kaffee Extra noch weitere Highlights. Wir haben einen sehr guten Koch, meiner Meinung nach der Beste im Landkreis. Und wie gesagt, wir haben jetzt einen DJ herinnen und wollen wir dann vom Restaurantbetrieb weitergehen, wirklich ins Nachtgeschäft, im Barbetrieb. Dann bis um zwei kann man bei uns sitzen, trinken, essen. Und natürlich spielt nach Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit eine große Rolle im neuen Konzept. Des Weiteren versuchen wir mehr auf Plastik komplett zu verzichten. Haben wir jetzt Glasstrahlhalme, schauen wir auch, dass wir in der Küche von den Lieferanten her wenig Plastikverpackungen haben. Und ja, so schauen wir einfach, dass wir innovativ was Neues nach Decken dürfen. Die neuen Inhaber wünschen sich eine Art Wiederauferstehung des Kultcafés und hoffen auf einen erfolgreichen Neuanfang. Ob dann auch den Gästen die neuen Ideen gefallen, wird sich dann bei der offiziellen Eröffnung zeigen.